An dieser Stelle machen wir mit einem anderen Thema weiter. Wir warten auf die EU-Parlamentsdebatte zum Thema Katalonien. Und um 15 Uhr in etwa soll es soweit sein. Und bis es soweit ist, haben wir Gelegenheit, mit einem Experten in dieser Hinsicht zu sprechen, mit Dr. Volker Mauersberger. Sie sind ganz lange Zeit Korrespondent gewesen für Spanien, haben auch dort gelebt und sollen uns ein bisschen Ihre Einschätzung dazu abgeben. Haben Sie das, was in den letzten Tagen passiert ist, in dieser Form kommen sehen, mit all Ihrer Erfahrung? Nein, denn vor Ihnen steht ein Mann, der 1975 für die ARD in Madrid angefangen hat, über ein Spanien zu berichten, das damals gerade frei werden wollte, frei vom Frankismus. Ich war dabei, wie Franco beerdigt wurde im Valle de los Caídos in Madrid. Ich war dabei, als die Verfassung 1978 unter großem Beifall der Bevölkerung verabschiedet wurde. Und ich habe darüber berichtet, wie der Putsch des Obers Tejero gegen das spanische Parlament versucht wurde. Und ich habe einen König erlebt, der nachts den Spaniern Mut eingesprochen hat und der die Spanier beruhigt hat und der den Spaniern gesagt hat, eure Demokratie ist geschützt. Ich habe ein Spanien erlebt, das noch nicht von diesem gegenwärtigen Streit durchpflügt war, den Spanien heute erlebt. Und ich habe Spanier erlebt, die sich als Spanier fühlten, als eine Nation. Nicht nur im Fußball, sondern im täglichen Leben. Ich hätte nie geglaubt, dass der Streit um die föderative Struktur Spaniens, der ja vom Baskenland ausging und der im Baskenland mit schwerwiegenden Attentaten der Etter begann, dass der sich so fortsetzt und jetzt in Katalonien explodiert. Und wenn man die spanischen Zeitungen liest, und ich komme gerade aus Madrid, zum ersten Mal wird wieder an die Zeit vor Franco erinnert, an den Bürgerkrieg. Zum ersten Mal sprechen die Leute wieder über Las Dos Españas, über die zwei Spanien. Gemeint ist immer ein republikanisches Spanien und ein faschistisches Spanien. Und wieder wird daran erinnert, wie damals die Republik 1934, 1935, 1936 mit Beginn des Bürgerkrieges zu Grabe getragen wurde. Dass ein historischer Schatten, der über diesem Konflikt liegt, den ich als Korrespondent, der dort zwölf Jahre gearbeitet hat, eigentlich nicht loswerde. Sie sagen, Sie haben es nicht kommen sehen. Aber wie konnte es dazu kommen? Vor 25, 30 Jahren, sagen Sie, gab es diese Tendenzen in Katalonien in dieser Form nicht. Warum gibt es sie denn jetzt? Ja, da gibt es viele Gründe, dass die Katalanen immer betont haben, sie seien eine andere Region als die anderen. Das war immer klar. Die Katalanen haben immer beansprucht, und auch in der Geschichte, ich habe es ja gerade angedeutet, in der Zeit vor dem Bürgerkrieg, sie haben immer gesagt, wir sind eine Region. Und sie haben sich schon einmal als eine unabhängige Region 1934 ausgerufen, was dann auch bestätigt wurde. Nur die Geschichte Spaniens beginnt, die nachfrankistische Geschichte Spaniens beginnt 1978 mit der Verabschiedung der Verfassung. Und diese Verfassung ist auch von den Katalanen unterschrieben worden. Was hier versucht wird, und das ist das Irrationale an diesem Konflikt, ist eine neue Geschichte zu schreiben. Wenn Sie heute durch Katalonien fahren, wird davon geredet, dass die Katalanen unter einer Diktatur leben. Sie reden von einem Ausnahmezustand. Sie reden davon, dass die spanische Regierung handelt wie unter Franco. Sie vergleichen die heutige parlamentarische Monarchie Spaniens mit dem Franco-System. Das ist eine Geschichtsklitterung, die ein neutraler Beobachter wie ich überhaupt nicht hinnehmen kann. Und aus diesem Grund resultiert ein Populismus, ich nenne bewusst dieses, ein Populismus, ein separatistischer Populismus, der die Fronten so aneinander gedrückt hat. Und man benutzt da gerade in Spanien das Bild von den beiden Zügen, die aufeinander rasen. Und dass fast kein Ausweg mehr gegeben ist. Und ich hatte gehofft, dass der König etwas machen würde in seiner Rede. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Da wollte ich Sie gerade etwas dazu fragen. Der vorherige König Juan Carlos hat ja entscheidend dazu beigetragen, dass es überhaupt eine Demokratie in Spanien gibt, nachdem Franco gestorben war. Er war aktiv als Vermittler tätig. Wir haben jetzt eben die Rolle von Felipe gehört, seinem Sohn. Sie sagten gerade eben schon, dass Sie nicht ganz zufrieden damit seien. Was genau hat Ihnen da gefehlt? Ja, ich messe natürlich den Sohn an seinen Vater. Und der Vater, Juan Carlos, war der politischste König, den Spanien je hatte. Und ich habe schon darauf verwiesen, dass in der Zeit nach Franco es Juan Carlos gewesen ist, der in einem sehr, sehr geschickten Manöver mit sehr geschickter Politik es hinbekommen hat, eine Demokratie in Spanien aufzubauen. Ohne Juan Carlos ist diese spanische Demokratie nicht denkbar. Und ich hatte in den letzten Tagen immer gehofft, dass der Nachfolger, Felipe VI., der Sohn von König Juan Carlos, die Gelegenheit ergreifen würde, in diesem sehr aufgeheizten Konflikt eine unabhängige Rolle zu übernehmen. Pouvoir neutre heißt das ja im Verfassungsrecht. Man hätte gehofft, dass dieser junge König beide Seiten an einen Tisch bekommen hätte. Stattdessen hatte ich den Eindruck, jetzt gerade nach der Rede, die wir ja hier sehr aufmerksam gehört haben, dass Felipe der Realitätsblindheit von Rajoy ein bisschen auf den Leim gegangen ist. Denn der spanische Ministerpräsident hat offensichtlich die Lage völlig falsch eingeschätzt. Denn sonst wäre es nicht zu diesen Krawallen und zu diesen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Der spanische König hat sich aus Ihrer Sicht nicht richtig verhalten. Rajoy hat sich aus Ihrer Sicht nicht richtig verhalten. Hätte man... Moment, er hat sich nicht richtig verhalten. Er hätte vielleicht zu einem Gespräch auffordern können, nachdem ja alle rufen. Der König. Ja, jetzt rufen alle nach Europa, wir werden ja nachher sehen im Parlament, wie die debattieren. Aber ich glaube, dass der König eine Chance hatte, vor Anrufung anderer Institutionen, bevor die Karre so in den Dreck gefahren wurde, wie sie jetzt gefahren ist, sich als Schlichter anzubieten. Und dann hätte er zum Beispiel ein Referendum anbieten können, das unter normalen Umständen abgehalten worden wäre. Denn die Lust am Referendum, die Not der Katalanen, eine Abstimmung zu machen über sich selbst, die ist, glaube ich, sehr stark und der muss man entgegenkommen. Und wer, wenn nicht der König, hätte sowas in die Wege leiten können? Herr Mauro Osberger, wir würden an dieser Stelle noch sehr gerne miteinander weitersprechen, geben jetzt aber, wir hören uns später vermutlich nochmal, geben jetzt aber erstmal ab nach Brüssel zu Jan-Christoph Nüse, denn dort beginnt gleich die Debatte zum Thema Katalonien.